holy shit im letzten part ist echt sauviel passiert nicht glaubt die bakuna was wir auferstanden weil wir halt zu scheiße sind nicht was ja dann hatten wir einen harten kampf mit dem schiff was absolut für den arsch war ohne schild hatten wir keine chance und ja wir haben es geschafft aber es war hardcore als fuck und jetzt ja wir den serverteam scheinbar helfen was das verbrechen ist weiß kein schwein das werden wahrscheinlich nie erfahren aber wir seien jetzt zum magister und da müssen wir spade jagen weil spade uns zunächst geklaut hat dieser arsch gut selbst wenn es kein arsch yo magister what's up magister thank you for coming i wish to share the results of my research regarding murga and the water dragon people at first what i found merely reaffirmed everything we already knew that the water dragons turned violent that murga was their greatest warrior that many shanktusians died defending themselves from the perlosan scourge then i realized that the books i had read were all written by earth dragons and their descendants i scoured the library for any book that could possibly recount history from a water dragons perspective i found it within a handwritten book of flowers and horticulture there were various annotations by the author describing what was then to her current events if what she wrote is true then i'm so sorry lilac murga is right to be angry magister i was hoping that perhaps by speaking to her i could persuade her from this course her grudge is against my people the rest of the world need not suffer for our arrogance and conspiracy but i suppose that hope is extinguished now no i don't believe that are you mad she commands an aerial fortress capable of intergalactic flight and eating moons the time to appeal to her better nature has long since passed maybe i just don't want to be the last water dragon anymore but i still want to try the last centurion of a long gone race isn't that someone worth talking to someone of your own blood yeah i get that someone who may be afraid of being nothing more than a weapon someone with the courage and discipline to do what is needed to be done very well i suppose we can attempt to do the right thing should the situation arise have i come at a bad time we acknowledge and welcome the king of shui gong in the court of shangtu your majesty hi king dale to what do we owe this unexpected pleasure oh this is just a casual state visit i realized that we never properly thanked you for all your assistance in shui gong so i brought along this beautiful gift and this wretched scoundrel of a brother spade he busted me i'm good my men have the syntax drone under guard outside from what i've gathered you will need it to take down this bakunawa magnificent you four finish your business here once i've installed syntax on my ship i'll be leaving immediately so don't be late adversity makes for strange bedfellows it seems indeed i must make a request when you encounter murga allow me to speak with her your communicator can act as a relay between us i wish to make amends all right okay dann reden wir mit zirbutton also geht die show langsam los your business will be quick aber das ist ja okay ja ich bin ready let's go diggy enemies detected executing slaughter sequence number two belay that these are our allies for now right so is syntax all fixed up to the ship now there all done now we leave right now excellent to bakunawa what the what did you pack rocks just brought a few potion materials to be on the safe side and some lab equipment and safety equipment is whatever you're lucky i overcompensated for how heavy you lot are fourfold rude assessment of our weight aside engage as you wish sir you battle analysis complete sensors confirm a code black compatibility of 91 percent Ja! Ha 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 ha! Brilliant! Then I'm heading straight for the power core! You mean you know how to get there? Um... Right. Of course not. Ok, guys, ok. Let's go to Bakunawa. Bakunawa, wush! Let's go, Diggy! Ready? Go! Ähm... Ah, wir grinden direkt! Ich hab' verstanden! Ach du Scheiße, Alter! Wir grinden direkt zu dem! Ach du Scheiße, die Idee ist ja... What the guy, Alter! Holy shit, Alter! Oh, hier wird ja scharf geschossen, Alter! Vielleicht auch noch da von oben gelasert wird! Ja, genau! Wir müssen aufpassen, der wird gelasert! Bine 1, Alter! Oh Gott! Oh, shit, Alter! Äh... Äh, komm! Danke, dass du gestorben bist! Alter, du auch! Du auch, du Bastards! Danke! Alter, ich find' die Idee so... Äh... 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 Die Idee ist sowas von strong, Alter! Äh... 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 Die Idee ist wirklich... Äh... 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 Stirb doch mal, du hässliche Missgeburt! Okay... Ähm... Ähm, ja... Das war... Ein Schritt in den Arsch! Ach du Scheiße, Alter. Ich frage jetzt nur, welche Schiene sollen wir jetzt nehmen? Wir müssen ja irgendwie oben bleiben, oder? Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, der ist jetzt wieder da. Den kenn ich ja wieder, ne? Ich frage jetzt nur, ob was... Ich frage jetzt, was ein Schmachpunkt ist. Mein... Die? Ich frage jetzt, was ein Schmachpunkt ist. Oh Gott. Ah, komm schon. Stirb doch mal. Danke. So, damit haben wir den auch... Oh mein Gott. Der habe ich jetzt Feuerwisch, Alter. Der sagt... Ach, ist der wieder da? Das wundert mich. Moment. Ein Schild. Ein Schild ist... Ist nicht gerade eine... Ne, gar nicht schlecht Idee. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ja. Oh, mit uns. Perfekt, Alter. Ach, du Scheiße. So, bitte hin. What the fuck? What are you doing? So, bitte, geht voll ab, Alter. Der hat Klammer direkt hier. Und wie viel Leben hast du, du Sack? Ich weiß nicht, wie viel Leben er hat. Das ist ein Problem. Er ist weg, oder? Alter, der ist down. Okay, gut. Ähm, okay. Alter. Das ist ja... Jetzt kriegst du seine Idee. What the fuck, Alter. Ich hab das Gefühl, wenn das nicht überstehen, nicht leben. So, jetzt haben wir die Wahl, wo wir lang gehen, ne? Alter. Ah, ah, ah! Heu. Wir gehen da rum, dort. Ahh. Ach, du Scheiße. Ah, ah, ah! Moment, da ist fast, Energie, Energie! Oh mein Gott, das ist ja ... ALTER! Danke, dass du gestorben bist, du Stück Scheiße, Alter. Alter, wir sind ja hier total in einer Mordfalle gelandet. Moment, wenn ich das schaffe, da durchzubrechen ... Moment, noch mal ... Danke, also müssen wir jetzt da ... da durch, okay, wow, holy shit, Alter. Diese Zone hat so viel an sich, Alter, das ist ... Moment ... Ich weiß nicht ... Da muss man durchkommen, irgendwie ... Genau ... Ah, da haben wir doch unser Secret auch schon mal freigeschaltet. Komm, Leilek, hoch mit dir. Danke für den Bakunar-Rush. Alter, ich finde es echt genial, die Siegkürze, dass wir alles eingebaut haben im Finale, das ist cool. Nein! Das war ... ein Fatal-Mistake, Alter ... Das war so was von Fatal. Das wird mich jetzt so einiges kosten, Alter, da wieder hochzukommen. Ja, das ist die Schiene nur, die bringt uns nix ... Ey, lass uns da durch einfach, lass uns einfach da durch ... Moment ... Yes ... Bisschen nach oben ... Störbe einfach, du Hund ... Er ist gestorben ... Wie ich sie es gehört ... Ui ... Das war ... Oh ... Ich habe mich nicht gewacht, Alter ... Was geben wir da oben? Energie, Alter ... Ich habe das schon mal hier ... Ööö ... Das war ... Ääh ... Alter ... Hier müssen wir irgendwo den Ball finden. Where's the ball? Da ist er. Yes, wir sind durch. Wir sind durch. Ach du Scheiße, Alter. Jetzt komme ich um geiler Boss, Alter. Sollen nach links, okay. Sollen nach oben, okay. Direkt doch einfach. Mieses Stück Scheiße, Alter. Meine Fresse, ich stirb einfach. Hässliche Arsch, Alter. Das ist nur. Der Maom. Hä? Oh Gott, wir müssen da oben. Verstehe Okay Passt, oh Komm, yes I understand, wir sollten eins nach oben Gut Oh nein Ich frage es, was eine Schwachstelle ist Ich frage es, was eine Schwachstelle ist Yeah All right Komm schon All right Komm schon Nein Komm schon Komm schon Oh God Just so awesome Ich frage es Komm schon Komm schon Yes, wir Geil Perfekt Ich muss es irgendwie reißen Yes Nein Oh Yes Yes Schnell Okay Nein Ich gehe auf das Giskunde ein, ich werde die Energie nochmal aufladen Aber Aber der Kampf ist schwer Kann man das aber steuern? Kann man das aber steuern? Okay, es ist wirklich Kann man es wirklich steuern Das ist Ja Nicht Krall Ich bin Ist niemand Ich bin Ich bin Nein Kön Ich bin verkauf Ich bin Ich bin Komm schon, wir haben fast, perfekt, das war, jetzt komm, und jetzt, sehr gut, jetzt weg, aber alle, jetzt komm, wow, das war wirklich, ne Game, auch mal hier, Streckung, auch mal ein Daußer, okay, also, ganz ehrlich, also, das war jetzt wirklich abgrundtief, was ich gemacht habe, das war wirklich abgrundtief, fies, und damit kommen wir jetzt zur West Area, okay, aber das war dann im nächsten Mal, von daher, kommentiert nicht vergessen, bis zum nächsten Mal, bis dahin, und natürlich, Emerald Control.